Hey! Sehr geil! Hallo! Der funktioniert auch, oder? Der funktioniert dann auch. Das war der erste Entwurf für die Puppe. Die ist auch im Internet, das habe ich schon gesehen. Dass wir ein paar Studiogäste, die nicht da sein können, trotzdem bei uns physisch am Tisch sitzen haben. Die kriegen dann auch so eine Tasse, können sich dann mit uns unterhalten. Hallo! Frau Regisseurin, wo sitz ich dann? Da oder da? Das werden wir nachher nochmal ausprobieren. Das bei dir halt die Längere schenken. Was habt ihr selber gebaut? Die haben wir in Werkstätten gebaut. Super, super. Ich hatte Angst, dass ihr die nicht macht, weil ihr die Idee für so blöd haltet, dass ihr sagt, ja, ja, machen wir, Richard. Was hab ich hier noch? Das hat dann der Termin dich nicht hingehauen, das war so eng. Weißt du, wir mussten priorisieren. Genau, du hast jetzt einen schicken Monitor. Super schön. Klasse, sehr, sehr geil. Das ist wie Weihnachten. Das ist ein schicken Morning. Sprecherinträge Sprecherinträger Klasse, 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 Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020